Hallo und herzlich willkommen zu Teil 11 von Kanzara. Ja, wir sind mittlerweile im Wildwald. Also wir haben uns jetzt hier nach links durchgekämpft. Haben hier eigentlich so gut wie alles gemacht. Bis auf die Reflexion, zu der wir nicht gekommen sind. Und kämpfen uns jetzt hier weiter. Wir haben irgend so ein Horn gehört. Ein Horn, das vielleicht nach Hilfe gerufen hat. Das wissen wir tatsächlich nicht ganz genau. Unser guter Freund hat auf jeden Fall gesagt, dass wir da ein bisschen vorsichtig sein sollen. Ah, okay. Shortcut wieder. Weil hier die Verteidigungsmechanismen aktiv sind. Und die eigentlich nicht aktiv sein sollten. Weil der Ahnenkrieg wohl schon länger vorbei ist. Das heißt, wir sind vorsichtig. Ja, wir sind eben auch vorsichtig. Oh. Da wird irgendwas geschossen, oder? Ne, diese Sperre. Wie so nervig. Die sind nämlich voll ewig da. Das killt mich direkt. Krass. Ich muss da nur vorbeischraben. Bin direkt tot. Okay. Das ist auf jeden Fall was, auf das wir achten sollten. Okay. 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 Da müssen wir jetzt, würde ich sagen, besonders Acht geben. Ich habe eigentlich Bock, mal die, unsere ultimative Fähigkeit zu testen. Ich glaube, die ist nämlich jetzt mittlerweile... Wow. Mich das auch direkt killt. Die ist jetzt bestimmt richtig geil. Weil die hat davor schon echt guten Schaden gemacht. Und tschüss. Und macht jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Schaden. Hier verstecken zu spielen, in so einem Wald. Kann auch sein, dass man einen, der gar nicht mehr findet, gell? Okay. Auch hier gibt es noch... Aber ich würde es so gerne hier markieren. Warum kann ich das nicht? Warum gibt ihr mir nicht irgendwie die Möglichkeit, das zu machen? Ah, guck. Da steht es. Reflexion. Symbol der Größe. Energieritual. Das ist tatsächlich in der Legende. Kann man das sogar so ein bisschen erkennen. Das ist cool. Was ist das? Das sieht komisch aus. Sieht aus, als würde es sich drehen, oder? Irgendwie. Ich frage mich, ob wir auch noch mehr Punkte da links unten kriegen, dass wir das sogar noch länger aufrechterhalten können. Dieses einfrieren. Ja, die laden sich echt schnell auf. Aber trotzdem noch eins mehr wäre. Wäre nicht so schlecht, würde ich sagen. Oben oder unten lang? Unten lang. Da geht es nicht weiter. Oh, shit. Oh, das geht bis zur Hälfte. Es war richtig dumm, da drüber zu springen. Ich hätte einfach hier stehen bleiben müssen. Da wäre gar nichts passiert. Oh, oh. Okay, hier heißt es jetzt schnell zu einer, oder? Nein! So schnell muss ich ganz sein. Da drüben gibt es doch Rauwasser, oder? Was ist das? Kann ich da hoch? Gibt auf jeden Fall ein Echo. Eine Welt im Wandel. Manchmal sind das Warum und das Wie in einer Welt, die nicht aufhören will, sich zu drehen, von geringer Bedeutung. Sau könnte eine Ewigkeit lang darüber nachdenken, wie sich diese Welt verändert hatte und warum das alles passieren musste. Doch solche Theorien und Spekulationen spielten für Sau keine Rolle. Alles, was er um sich herum sah, war, dass seine Welt anders war. Verändert. Sie war so verzerrt, dass er sie kaum wiedererkannte. War das noch sein, kennt Sarah? Wenn er auf dieser Reise Erfolg hätte, wohin würde er sein Baba zurückbringen? Die Nostalgie wurde durch die schmerzhafte Gegenwart beschmutzt. Der Blick zurück ist leicht. Der Blick nach vorne nicht. Der ist das wahr. Der Blick zurück ist leicht. Der nach vorne ist nicht leicht. Der ist das wirklich wahr. Krass, der ist ja schon da da, der Kerl. Wenn ich das im Takt mache, habe ich so das Gefühl, kriege ich es nicht so einfach hin zu dodschen. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh, das wird knapp. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Die Sprünge sind... Eigentlich sind die Sprünge echt gemütlich. In den meisten Fällen gab es ja nur einmal den Fall, dass es nicht so gemütlich war. Wow. Glaubt ihr, mich killt das direkt? Sollen wir es testen? Ich glaube, wir testen das. Krass. Krass, wie mich die direkt killen. Ups. Das gibt mir einfach nur... Oh, ich hätte echt durchlaufen können. Den Hinweis, dass ich da aufpassen muss in solchen Fällen. Wobei mich das meistens dann ein bisschen mehr verunsichert noch. Wenn ich es gar nicht weiß, dann fällt es mir häufig leichter, das zu dodschen. Dadurch, dass ich dann denke, hey, ich sterbe, wenn er mich trifft. Ich meine, in dem Fall natürlich nett. Das muss schon ein bisschen schwerer sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, das Schalter. Schaltblatt. Oh, cool. Nein, es trifft mich. Was? Komm her. Komm, ich bin hier. Ich bin auf der Seite. Hier, hier, hier. Komm. Ja, nein, nein, nein. Hier drüben. Komm schon. Nein, ich kriege mich halt selber. Boah, das macht so wenig Schaden. Das gibt es doch nass. Boah, wie habe ich da wieder nicht rechtzeitig drücken können. Diesen Balken ein bisschen vergrößern, finde ich, glaube ich, ganz cool. Weil ich meine, es ist nicht so schwer, den zu treffen. Zumindest nicht, wenn ich mich darauf konzentrieren kann. Aber wenn ich mich halt nicht darauf konzentrieren kann, auf alles andere gucken muss, dann ist das nicht so leicht, dann ist das nicht so leicht, jetzt kommt man bitte in die Stacheln. Was habe ich die denn? Jetzt. So muss es sein. Boah, krass, denn die können auch da drauf drücken. Das finde ich natürlich cool. Ich könnte die Supernova einsetzen. So müssen wir probieren. Boah, krass. Die ist schon mal echt deutlich fetter. Macht echt mehr Schaden. Die fühlt sich schon gut an. Die fühlt sich schon nach Schaden an. Da oben. Eigentlich gibt es da oben wahrscheinlich den Weg dann zurück, schätze ich. Kewuli, die ertrinkenden Sümpfe. Das ist wieder das Horn. Kann ich hier interagieren? Bestimmt muss ich unten rum, oder? Guckt mal, da ist noch voll viel. Natürlich, zwei Schlüsse. Ich glaube, es ist ein komisches Zeichen, wenn der Gott des Todes irgendwas nicht hört, was du hörst. Dass Sau da nicht denkt, hm, vielleicht muss ich da mal ein bisschen überlegen, ob das Sinn macht, oder ob das irgendwie komisch wirkt. Vielleicht sollte ich mich da mal lieber nicht Hals über Kopf irgendwie rein stürzen. Ach, Mann. So, wir gehen erst nach rechts, würde ich sagen. Sind wir schon unterwegs. Oder oben, guck mal. Ist da irgendwas? Gucken wir uns das mal erst an. Das kann ein kleiner Geheimgang sein, oder? Ne, ist schon der Weg zurück. Hä? Okay. Wie viel kosten eigentlich die nächsten Fähigkeitspunkte? Haben wir noch gar nicht geguckt? Boah, zwei. Ich dachte gerade, wenn das vier wären, das wäre echt richtig gemein. Immer ein Punkt mehr hätte ich irgendwie erwartet. Ah, okay. Jetzt habe ich mich vorhin schon gefragt, warum die sich nicht drehen. Direkt weiterkommen. Puh, das war knapp. Sind wir schon unten? Wir sind fast unten. Ah, da ist der Schlüssel. Boah, wie er der erste Schlüssel gesagt hat, was wäre pass... Oh, shit. Was wäre passiert, wenn ich den jetzt als zweites geholt hätte? Hätte er dann zweiter Flügel gesagt. Stimmt, oder? Schade, dass es so wenig Gegner-Variationen gibt, dass das schon sehr ähnlich die ganze Zeit ist. Ich glaube, mit den Fähigkeiten, die wir da haben, können wir schon einiges machen, einiges hoch. Einige spannende Kämpfe bestreiten. Die Echos, die finden wir gerade. Zweite Reihe ist schon komplett voll, ey. Also zwei fehlen, aber trotzdem. Das heißt, so viel kann eigentlich gar nicht mehr kommen, wenn wir über die Hälfte von den Dingern schon haben. Chaos und Ordnung, unverzichtbare Partner in dem großen Tanz, der Sau gelehrt wurde. Der untrainierte Krieger kämpfte nur mit einem im Sinn, hat es sein Baba gesagt. Um der Form des Kampfes treu zu bleiben, musste Sau loslassen. Er musste die Abhängigkeiten von der Struktur loslassen, aber dennoch sorgfältig vorgehen. Ein schwungvoller Fuß, ein kalkulierter Arm, ein freier Blick, der über den Moment hinausgeht. Der Junge verlor sich selbst beim Weben und Fliesen. Er tanzte mit der Kraft der Vorfahren in seinem Herz. Er verbannt sich mit ihnen. Er reiste tiefer mit ihnen. Die Form war ein Akt von Feind und Verbündeten. Kampf und Partnerschaft. Das war der Weg des Schamanen. Das war der Weg des Tanzes. Der Tanz des Schamanen. Gucken, ob wir da noch irgendwas drüber lernen. Das ist wahrscheinlich einfach zu bekämpfen. Könnte man auch fast wie ein Tanz an. Also zumindest seine Bewegungen. Ach das, wie wir die kurz zerlegen. Zack. Oh ja, das hätte mich echt eingeholt. Ich glaube, das hätte mich erwischt. Ich glaube, das hätte mich erwischt, wenn ich nicht gesprungen wäre. Aua. Ach so, natürlich. Hier laufen jetzt andersrum drüber. Ich muss springen. So krass, wie mobil wir sind. Okay, hier geht es wirklich ganz bis nach außen. Also das ist schon hier auf jeden Fall ein bisschen ein größeres Stück noch. Ah, okay. Ist es egal, in welche Richtung ich runtergehe. Ich gehe erstmal nach rechts, oder? Vielleicht kriegen wir da irgendwie einen Stein oder so, den wir vorbei... Oder so eine Kiste, die wir schieben können. Die wir dann... Aua. 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 Es ist doch immer gleich, Leute. Es ist doch immer gleich. Kennst du ein Spiel, kennst du alle. Ich finde es voll cool, dass die sich so drehen. Der Gestank der Verwesung. Oha, das geht aber gar nicht gut. Was ist hier? Bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Bringt mir das was? Will ich das überhaupt? Jetzt komme ich... Ah, ich komme da hoch zu einem Schalter. I see. Und was wäre, wenn ich hier einfach runtergesprungen wäre? Hm. Finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Hä? Ich könnte doch hier unten einfach weiterlaufen. Ich teste mal, wenn ich jetzt da wieder hochgehe. Vielleicht ist das tatsächlich der Weg zum Schlüssel. Und der öffnet den Weg. Also... Da? Kann es sein. Lol. Okay. Jetzt könnte ich hier noch oben rum, oder was? Warum soll ich das tun? Gucken wir uns erst mal das an. Aber ich gehe nachher auf jeden Fall den unteren Weg auch noch. Wer weiß... Alter. Wer weiß, ob wir da nicht irgendwas richtig cooles noch finden. Ich hoffe, das ist nicht nur der Weg zurück. Sonst war es dumm, hier entlang zu laufen. Wir kommen Gegner, gar. Ja, wir kommen auf jeden Fall Gegner. Boah, wie es mich trifft. Ich bin zu blöd, wenn ich es zu dodgen. Oh, das ist interessant. Was passiert, wenn ich das jetzt reflektiere? Ja, ganz funktioniert. Das haben wir schon getestetet. Boah, schade. Das wäre so perfekt gewesen. Was? Es kommt noch eine Runde. Es kommt noch eine Runde. Boah, das ist krass. Die werfen schon echt gut, muss ich sagen. Alter, was soll das? Komm schon jetzt. Zack. Das wollen wir doch. Krass, wie der Typ hier einfach runterfällt. Komm schon. Ich fasse manchmal schlauer, hier einfach nur Y-Zelon wie eine Tasche zu drücken. Ich fasse einen schweren Angriff. Gefühlt. Und Tschüss. Jetzt komme ich einfach hier raus, oder was? Hä, aber was bringt mir das? Das bringt mir doch gar nichts. Warum bin ich jetzt hier oben lang? Ja, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich werde ich... Aber ich komme doch hier auch zurück. Ich komme doch hier locker... Ich komme hier zurück. Hä? Egal. Wir gehen auch unten lang. Da gibt es bestimmt noch irgendwas. Was fehlt uns denn hier? Noch ein Schmuckstück. Hier gibt es ein Schmuckstück bestimmt. Oder ist Energie-Ritual. Aber wir sehen kein Delta. Ein Dreieck. Okay. Aber nee, das heißt Schmuckstück. Das heißt wahrscheinlich irgendwie Herausforderung oder so. Aua, nein. Ich wollte doch nicht so. Noch nicht zumindest. Hoffentlich ein Gutes. Bisher sind die Schmuckstücke eher so... Aua. Scheiße. Das ist von vorne wieder da. Nein. Oh. Okay, ich muss mich konzentrieren. Dazu sage ich nichts. Das ignorieren wir. Es ist nichts passiert. Hier gibt es nichts zu sehen. Also die Schmuckstücke sind ganz okay. Aber ich könnte mir da auch was Besseres vorstellen, muss ich sagen. Jetzt muss ich gucken, was da passiert. Er spielt dann das hier. Kann ich mich ducken in der Mitte? Scheiße. Ohoho. Krass, dass mich das gerade nicht gekillt hat. Das war nämlich eher nicht so gut. Oh, da kommt aber noch einiges. Da kommt noch einiges. Das meine ich. Jetzt wird das hier kritisch. Weil ich weiß, ich bin schon weit gekommen. Ich will mich davon nicht killen lassen. Ah ja, solange das so ist, geht's. Solange das so ist, geht's auf jeden Fall. Was passiert hier? Hier muss ich auf jeden Fall hoch und bis hier durch. Okay. What? Oh, wie ich es überlebt habe. Da hat mich der Bug... Hat mir der Bug den Arsch gerettet. Okay, was muss ich... Ich mache genau das, was ich jetzt gemacht habe, aber ein bisschen schneller, gell? Lass mich mal überlegen. Schaffe ich das in einer Phase durch? Oder muss ich irgendwo die Phase unterbrechen? Ich glaube nicht. Oh, shit. Jetzt wollte ich mega schnell sein. Boah, krass. Das war knapp. Zum Glück hatte ich da diesen Bug, der mir dann Arsch gerettet hat. Zum Glück killen die ja nicht direkt. Das wäre ein bisschen hart auch, aber... Boah, das war ja mal... Das war mal die schwerste bisher, oder? Das schwerste Schmuckstück mit Abstand. Wohlhabender Geist. Da will ich aber jetzt sowas Schönes dafür haben. Ologi, das durch das Besiegen von Gegnern gewonnen wird, wird erhöht. Nice. Aber haben wir da nicht schon was Ähnliches? Ach nee, warte, Energie. Ach nee, stopp. Das ist Energie und das ist Ologi. Energie ist das unten, das... Das Lilane und Ologi ist das, was wir brauchen, um uns abzugraden. Mit jedem Geist, dem Frieden gegeben wurde, fühlte sich der Schamane ermutigt. Als das Feld der Knochen nur noch den Tod sah, passte sich der Schamane... Was? Der Schamanere an... Okay. Belebte Lehren durch praktische Wege. Hm. Der Schamanere. War das Französisch grad? Keine Ahnung. Kein Französisch. Bist du ein Hund, der nach jedem Trick gelohnt werden will? Ich hab ja ne Nenner Statue gefragt. Lass uns weitergehen. Gutes Gespräch. So, okay. Das heißt, wir haben hier alles. Das heißt, wir können... Hier gibt's doch überhaupt... Also überhaupt nix. Ich geh einfach hier zurück. Ganz ehrlich. So, jetzt wird's auch langsam Zeit für unsere neue Fähigkeit. Da haben wir allerdings noch einige, oder? Hier beim Codex war das doch... Hadithi. Da kommen noch vier Stück. Haben wir ja schon zwei. Ach, shit. Wir müssen außenrum, um da hochzukommen. So, dann öffne dich, Tür. Zack. Und da hören wir wieder das Horn ertönen. Müssen aber allerdings noch ein Stück gehen. Hier wird's dann tatsächlich noch nicht... Komm, die Reflexion gucken wir uns noch an. Jetzt hat er's gehört? Das sind einfach nur seine alten Ohren, oder was? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, ey? Wie er's einfach die letzten zwei Mal nicht gehört hat. Und man sich denkt, okay, krass. Der hört das nicht. Der Gott des Todes hört nicht irgendwelche komischen Töne. Was geht hier ab? Und dann einfach so... Ah, jetzt hat er das gehört. Oh, oh. Müssen wir uns da auch wieder fies durchkämpfen? Sieht so aus, ja. Ah, ganz so fies ist das Nutsch. Es funktioniert. Hier ist es schon, oder? Ja, ich guck aber trotzdem noch, was es hier gibt. Hier gibt's einen Tod, oder was? Hä, was soll denn das? Was soll denn das? Einfach nur, wenn ich zu weit laufe, oder was? Und schlaf. So, aber frische Lebensenergie, mehr Lebensenergie. Das ist das, was wir brauchen. Das war's. Ja man will irgendwie nie das was man hat. So, mehr Lebensenergie. Jetzt haben wir fast doppelt so viel, oder? Ich weiß nicht, ob es eigentlich drei oder vier Balken sind. Könnten auch vier sein. Aber das ist schon eine gute Sache. Das sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall deutlich mehr aushalten, wenn es dann zum Kampf kommt. Und ich würde sagen, das hier ist ein guter Moment, um aufzuhören für heute und morgen weiterzumachen. Und dann gucken wir mal, wer denn dieses Horn bläst. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.